ja, willkommen zurück zu Farquay Prime so machen wir uns hier mal die schule karte auf wegpunkt setzen, handwerk, was zeigt er mir hier? ah, schwer verfügbar herstellen sauberer schuss so dann nehmen wir da mal spritz ich den 600 meter geht ja noch so letzte keule Pfeil und Bogen haben wir noch für den Schuss aber dann rennen wir da mal ganz müde hin oh, was haben wir denn hier? Irgendwann ist auf der Karte hmm na, die kann man wahrscheinlich dann irgendwann später mal aufbrechen Vögel Vögel was haut ab und es kriegt der Speer eine Schnauze naja, hier haben wir auch noch so ein Ding auf der Karte aha, 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 aha könnten wir ihn zahlen könnten wir ihn zahlen ja sehr schön es war sehr fotogen gehen so, zack zack zingfell so, da haben wir auch eins äh, der rennt weg, ach scheiß auf ey schwein schwein oh, fuck komm her du blöde Sau na, da kommt doch jeder ob du Sau, komm her komm her komm her komm her ja Mann, renn da nicht weg verdammt kommst du her hier pfff erledigt hmm köstlich Tasche voll du kannst nichts nehmen naja wildhunde wahrscheinlich Kopfschuss rot 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 und fell selten man ist ja wie ein Tierpark hier, ey ist schon cool gemacht Handwerk, da können wir jetzt irgendwas herstellen Eingeweidetasche derzeit trage zwei Köder, acht Stück Fleisch und acht mhm 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 jettel da haben wir eine pflanze, wir können wir gerne mitnehmen rotblatt entzündet das Leuchtfire um es für die Zücht21 zu erobern Machen wir. Buche erstmal... Nein. Was ist das? Achso, Ziegen wahrscheinlich wieder. Leuchtfeuer. Leuchtfeuer sind große Feuerschellen, die dein Gebiet markieren, sobald du es erobert hast. Schalte Gegner in der Nähe aus, um entfache die Leuchtfeuer, um sie für deinen Stand zu erobern. Erobere Leuchtfeuer, schalten Schnellreisen-Ziele frei und bitten dir sichere Ruhestätten und Zugriff auf dein Belohnungslager. Feinfein. Narkoti Leuchtfeuer. Ort entdeckt. Mhmmm... Anson? Mach mal den Scheiß hier mal an. Hoffe, dass es funktioniert. Nein, was haben wir denn hier? Ah. Erober Ruck. Sehr schön. Wenn du Leuchtfeuer oder einen feindlichen Außenposten eroberst, schaltest du ein neues Schnellreiseziel frei, mit dem du schneller durch Urus reisen kannst. Du kannst außerdem in dein Dorf Schnellreisen, um Hütten zu errichten oder zu verbessern. Drücke M und wähle das Kartenmenü zum Schnellreisen. Nutze Maus zum Markieren als Leuchtfeuers Außenpostens oder deines Dorfes und wähle die Schnellreise. So, Belohnungslager öffnen. Okay. Mach ich erstmal nicht. Zack. Ah, Tierfett können wir immer gebrauchen. So, dann müsste ich mal auf der spritzigen Karte hier gucken. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, was haben wir denn hier? Äh, unbekannter Ort. Erkunde dies an diesen Ort und entdecke das Land von Urus. Verzeihung. Tansai, der Schamane. Bring Tansai, den Schamanen, in dein Dorf. Es wird dir beibringen, mit wem man Bestien, Zehn und eine Eule ruft. Schwierigkeit, leicht, Belohnung, mittlere XP. Mhm, weniger helfen. Eskorte, Bringer, eine Gruppe, weniger in Sicherheit. Schwierigkeit, leicht, Belohnung, ein Bewohner, Besonderheit, ein Fähigkeitspunkt. Ähm, ja komm, machen wir erstmal das. Und dann machen wir den anderen Scheiß. Was haben wir denn hier? Geht nehmt, ne, scheiße. Hoppala. Fleisch viermal, wunderbar. Hier wird alles mitgenommen. Ehe, ehe, ehe. Oh, was haben wir denn hier? Schalte die Kletterkralle in Handwechseln frei, um nutzen zu können. Aha. Geht noch nicht, also müssen wir so runter. Uah, hier. Ach, scheiß Ziegen. Verpisst euch, ey. Nein, was war denn hier? Irgendwas hat uns gesehen. Den verpässt wir, äh, ähm, verpasst wir. Nein, den wollt ihr schön. Oh, geil, der hat hier gesessen, alter, schön rennen in der Möhre. Gucken, ob wir da hinkommen. Für die Scheiß, die Gegend ist voll. Oh, fuck, ey. Meine Tasche ist immer noch so klein. Oh, fuck, 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 fuck you. ウhen? Waddam mal hier? Äh, nicht. Äh, da oben war noch einer. Ah, komm, geh mal weiter hier. So, dann sehen wir gleich da. 80 m noch. Kann man schön mit dem Boot hier, aber das Wasser ist so flach. Schade. Kommt der Antik noch schnell? Blaublatt? Jeder von uns? Ja. Wen ja helfen, Eskorte. Der Regen hat Hütten überflutet. Dein Volk muss höhere Gelände erreichen. Eskortiere sie zu ihren Zielen und verteidige sie. Freie Venier schließen sich dein Dorf an. Na ja, komm ey. Himmelsornisch. Fluss voll mit Regen. Viel weniger ertrinken. Hilf ihnen. Finde trockene... Ah, das halt nicht so schnell gelesen. Böen oder Bohnen? Egal, rennen wir erstmal hier hoch. Erreiche die Gruppe. Wen ja, so sprich mit ihnen. Flüstergrotte Orte entdeckt. Ja, die sind alle von uns. Okay. Eins. Eskortierte Gruppen zu ihren Ziel. Äh, ja. Okay, ich hoffe, die wissen auch wohl lang. Hoffentlich mal. Nein, feine. Ich hab dir wusst. Ja, Kopfschuss. Kopfschuss. So, immer weiter vorwärts. Da komm mal. Der hat gesessen. Nein, komm her. Ich brauch unbedingt die Fall und Bohnen. Und damit bügt er uns aufgeschmissen. Oh. Boah. Komm her, Alter. Was? Totschlangen ist geil. Kopfschuss. Ist ja... Ist ja witzig, ey. Mann, ganz schön viel Action hier, für so'n kleinen Dschungel hier. Eskortiere. Holz. Watt, kommen schon wieder welche? Oh, Alter, komm her. Den zieh jetzt hier nur rüber. Naja. Bäm, Alter. Wird nicht gehauen. So, irgendwo liegt hier eh nur im Busch. Wo auch sonst. So, das sammle ich hier auch noch ein. Komm, vorwärts hier. Ja, ja, wüsig doch. Immer vorwärts hier, vorwärts, vorwärts hier. Ja, voll. Vier weniger wurden, den Dorf hinzugefügt. Vergessene Erlichtung, Ort entdeckt. Sehr schön, habt ihr hier was für mich? Okay, wunderbar. So, haben wir das jetzt hier... ...geschafft. Muss ich mal kurz auf die Karte hier gucken. ...unbekannter Ort. Steinwacht. Leuchtfeuer. Ja, komm, wir rennen doch mal da hin. Dann haben wir diesen Scheiß-Orter auch erst mal erobert. Aber geil, da gibt's echt viel zu entdecken, ey. Schon cool, ey. Oh, ich, Herr Schweine. Ist das Schwein jetzt weggerannt? Oh, scheiße. Schweinchen. Ne, ist doch umgekippt. Haha. Wildschweinhaut. Komm her. Mach's jetzt. Ab und zu mal hier, äh, rin gucken. Na, können wir auch erweitern. Ah, geil. Sehr schön. Derzeit trage 16 Falle bei dir. Upgrade. Trage 24 Falle bei dir. Ist ja geil. Derzeit Schaden 3, Genauigkeit 6, Feierrate 5, abgewählt, schnelle Feierrate. Fähigkeit können wir machen. Heil im Entsprint. Verbessere Gesundheit. Ja, machen wir mal. Aufdecken, äh, Pflanzenentdeckung. Und dann machen wir das hier auch gleich mit. Sehr schön. Dann rennen wir mal hier hoch. Ganz spritzig. Hm. Acht Pfeile. Töte alle Gegner und erzünde das Pfeil. Leuchtfeuer, um es zu erobern. Sind zwar keine Funk-Töme, aber, hm, aber, egal. Ist denn hier, Wild? Ja, stimmt, da steht hier, na. Du hast nix gesehen. Boah, yes, alter. Schön rein ins Facelifting. Also, wenn das kein geiler Schutz war, aber dann wisse ich aber auch nie weiter. So, dann werden wir das hier mal schön entzünden. Und somit haben wir das dann auch erstmal erobert. Steinbart, Leuchtfeuer, Leuchtfeuer erobert. Zwei von 16, beansprucht. Okay. Würde ich mal sagen, kann man hier den speichern. Ja, das wäre natürlich sehr schön. Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal in Far Cry Primal. Bis zum nächsten Mal in Far Cry Primal. Bis zum nächsten Mal in Far Cry Primal. Bis zum nächsten Mal in Far Cry Primal.